Okay, wir können das nächste uns holen, dann holen wir uns mal 10 Kriegspriester. So, jetzt runter zu unserem Sprengmeisterfreund sollte alles leer sein, gut. Also dann wieder nach außen, weil jetzt holen wir uns den Schatz aus Tichondria und auch den letzten Knochen, damit wir den Bogen machen können, den ich zu einem Giftbogen machen wollte, weil Gegner vergiften, glaube ich, effektiver ist, als den Brandsteck. Schuss, schuss. Soh. Geht es los? Kampfbereit. Hier bin ich. Zu allem entschlossen. Ich höre. Ja? Auf mein Zeichen. So, dann wollen wir mal den Schatz aus Zichondria bergen. Vorher Sicherheit ist einfach mal das Safe überschreiben. Also nochmal speichern. Folgt mir. Vorwärts. 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 Folgt mir. Vorwärts. Mir nach. Also ja, ich weiß, ich habe meine letzten privaten Spiele vor zig Jahren an diesen Skeletten noch gelevelt. Sofort. Oder es zumindest versucht. Mir nach. Wie gut das ausging, weiß ich leider nur nicht mehr. Sofort. 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 Schnell. Und los. So, da sind Skelette. Auf. Das ist euer letzter Fehler. Wer ruft mich? Hier bin ich. Kommt nur her. Vorwärts, Zwerge. Zu allem entschlossen. Das ist noch's mit uns. Nie teilt und mich rächen. Die Ahnen rufen uns. Das ist euer letzter Fehler. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. Lass sie nur kommen. Nur zu. Auf geht's. Kommt nur her. Okay. Lasst sie nur kommen. Das ist eine Falle. Die Ahnen rufen uns. Das ist euer letzter Fehler. Bereits. Ja. Mehr davon. Los. Okay. Kriegspriester können wir vergessen. Lass sie nur kommen. Ich hau jetzt mal wieder. Verteidiger raus. Die Ahnen rufen uns. Meine Axt. Wartet schon. Lasst sie nur kommen. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. Binden wir mal ein von denen im Nahkampf. Linien müssen halten. Was ist eine Falle? Drohnenkrieger zu mir. Okay. Keine Männer. Wow. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. Wow. Kommt nur her. Nur zuwärts, Zwerge. Marschieren los. Mehr davon. Los. Okay. Noch mehr Verteidiger. Wow. Kommt nur her. Ja, der Rippenknochen von dem Skelett für das letzte Teil. Und der Schatz. Dunkle Lederhosen. Geht es los? Vorwärts, Zwerge. Und Erfahrungspunkt. Hier bin ich. Wo ist der Feind? Der Schatz ist geborgen. Verstehen scheint euch nur über die ganze Zeit der Wächter angeflungert zu haben. Vielleicht wollt ihr ihm den Schatz auch vorenthalten. Immerhin hat er euch mehr als einmal in Gefahr gebracht. Geht zu ihm noch Tilga nachts zurück. Ja, das werden wir. Dauert nur noch eine Weile. Erstmal will ich meine Armee wieder aufstellen. Ah ja, da haben wir den Beweis. Mit genug Verteidigern sollten wir das hier auch einigermaßen schaffen. Solange nicht alle auf einmal kommen. Die Schatz Aber wie gesagt, dafür will ich gerne eine volle Armee aus 80 Verteidigern haben. Hier bin ich! Jetzt muss ich mich wie gesagt erst mal auf den Rückweg machen. Und die beiden Trupps an Skeletten loswerden. Und dann können wir uns noch das hier. Ich höre. Und ja, immer schön diese Reihennahmen hier aus Verteidigern zu haben. Aber die sind halt am effektivsten bei den Zwergen. Weil sie sind kostengünstig mit 30.67 Eisen. Mit ihrem Fernkampf und ihrer schweren Rüstung. Kampfbereit! Nur zu! Wer ruft mich? Wahre Killermaschinen. Ich höre! So, jetzt wird es taktisch seltsam. Die von beiden Seiten... Macht Platz! ... hier Platz zu machen. Das ist ein Hinterhalt! Ihr seid schwach! Ihr seid schwach! Ihr seid schwach! Ich höre! Ich höre! Nie teilst du mich rächen! Wer ruft mich? Kommt nur her! Wir müssen halten! So, jetzt noch der eine. Geht es los? Land halten, Männer! Oh, ich habe schon wieder einen verloren. Wobei, den kann ich dann gleich beim anderen Monument ausbilden. Oh, Drachenband. Eine schlechte Armbust. Äh... Hier. Und ja, äh... Da... Abbild für... Bevölkerung. Kampfbereit! Ja! Und los! Mir nach! So, dann noch die da unten weg. Dann müssen wir uns nur noch um die hier kümmern. Und dann haben wir auch Fasträume komplett gegnerfrei gemacht. Dann könnten sich die Zwerge wieder in aller Ruhe ausbreiten. Wünsche ich ihnen jedenfalls, dass sie das können. Er wünscht... Auf meinen Befehl, mir nach! Vorwärts! So, jetzt müssen noch die hier weg. Da ist ein Champion, der böse ist. Er wünscht... I-Jau. Ich bin der Nähte. Ich bin der Nähe.